So, willkommen bei Raft, das müsste jetzt unser fünfter Teil sein. Ich sammle mal ganz kurz noch die Blätter ein. Kunststoff fehlt es auch dauernd. Die Weltmeere sind ja eigentlich voll davon. So, sieben. Blanke platzieren, Blanke platzieren, Blanke platzieren. Blöder Ei! Geh weg! Ja, weiß ich nicht. Aus meinem bloßen Stück raus hier. Sind sowas die drei. Zumachen. Ah, da ist was Schönes. Und der hat meinen letzten Speer kaputt gemacht. Was haben wir noch? Ich wollte ein einfaches Forschungstisch herstellen. Der sieht so aus. Okay, Forschungstisch wäre die 8. Geil. So, öffnen. Wir können Forschung machen. Öffnen. Pinsel. Metallschweer. Schrotttagen. Netz. wahrscheinlich so gut 6 so jetzt können wir das erforschen haben wir schon haben wir wohl auch schon mist warum ging das nicht so schauen wir mal weiter da hat da da holz kunststoff danke kunststoff holz ganz viele planken eben mal her damit so was kann ich denn noch herstellen wobei erst was trinken salzwasser füllen das brennt okay erst mal das fast so kunststoff schauen wir mal was wir bauen können einfaches bett herstellen nägel einfaches bett gut 6 3 reparieren ich glaube ich sollte mal angeln mal 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 So Sieben Oh Oh Komm Ich brauche es jetzt Makrele wird fertig Gott sei dank Bisschen angeln So Das treibt gut Angel auswerfen Dann können wir nebenbei noch ein bisschen angeln Blanke und Seil Topf Und noch ein Fass Jawohl Auf 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 Ok meine Angel ist kaputt Und Na dann werden wir mal Eine neue Angel Beherstellen Jetzt fangen wir mal hier auch die 5 Kleine Fische Großen brauchen wir nicht Wasser Sieht noch gut aus Ich brauche bald mal eine neue Marken Ok So Jetzt Jetzt Boah kommt da grad viel Ich wollte eigentlich noch was bauen schnell Blöder 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 Ei Gott ähm Scheiße Was brauchen wir noch? Plastik brauchen wir So dringend immer Gott Jetzt Schauen wir doch nochmal Also Eine Axt haben Wir Paddel Könnten wir mal herstellen Haiköter Einfaches wettkleines Lager Haben Hier Seil Nasser Siegel Siegel So Was brauchen wir für ein Siegel feststellen? Wir können ein Siegel bauen Und ich würde am liebsten noch ein kleines Lager bauen. Gucken wir mal ein kleines Lager. Da brauchen wir noch nicht Zeit. Moment. Toppel rüber. Paddel nehmen wir mal hier mit. Was machen wir mit der Flaschenpost? Stein, dann auch erstmal rüber. Planke, Planke. Ein kleiner Wurfanker. Okay wir müssen was essen. Platzieren. Dann könnten wir auch gleich noch was trinken. Salzwasser füllen. Trinken. Salzwasser füllen. Eins. Gut. Schauen wir mal was hier mit. Halten und sanftes drehen. So. 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 Go. So. 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 Is it not high? da kommt ein fass wirst 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 das ok ich glaube das bekommen wir nicht das müsste die 6 sein so haken ok dann angeln wir halt da vorn sieht es gut aus angeln 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 den und angeln 彭 Aufstehen so Nein, platzieren 7 mit Süßwasser füllen, trinken, mit Salzwasser füllen, platzieren, kurz im Inventar schauen Blöde Kartoffeln, das müsste die 8 sein Dann machen wir erstmal die 1 Ich guck mal jetzt hier Ja Schlecht zu, schlecht zu So, ich glaube ich beende erstmal die Folge hier wenn ich sage tschüss und tschau bis zum nächsten Mal bei Raft Bye 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 Bye